Diese Schalen kennt ihr sicher, die eignen sich super für die Aussaat, zum Beispiel von Roter Beete und Winterheckenzwiebeln. Hier im Wintergarten haben wir momentan Temperaturen von 15 bis 16 Grad und das eignet sich ganz gut für die Zwiebeln, für den Salat, den ihr auf der linken Seite seht, der ist jetzt ungefähr vier Wochen alt und eben auch für die Rote Beete. Die Saatdrille wird geschlossen, angedrückt und hier habe ich mal die Stimmgabel zweckentfremdet und dann kommt die zweite Reihe Winterheckenzwiebeln. Jetzt kommt die Rote Beete, die habe ich vorher noch nie ausgesät und ich bin gespannt wie sie wächst. Die drücke ich etwas tiefer runter, die Saatkörner sind ja auch etwas größer als die von der Zwiebel und auch wieder andrücken und das Ganze wird natürlich auch noch angegossen. Und der Frühling ist zu erkennen. Ein paar Tage später sieht es schon ganz anders aus. Nach ungefähr einer Woche ist die Rote Beete gekeimt. Ja, heute ist Zeit zum Pikieren. Die Pflänzchen sind schon so groß, dass die aus der Anzuchtschale raus müssen und die stehen ja noch in Anzuchterde. Das ist die hier. Die hatte ich ja gemischt aus Erde von Maulwurfshügeln, Kokoserde und ein bisschen Gartenerde und dann wurde die ausgebacken, dass die möglichst keimfrei ist. Und hier habe ich Kompost gesiegt und zum Umtopfen bzw. zum Pikieren werde ich jetzt das beides 50-50 mischen. Warum mische ich jetzt Anzuchterde mit Kompost? Die Pflänzchen sind ja gekeimt. Die kriegen jetzt schon das erste richtige Blattpaar und die brauchen natürlich jetzt Nährstoffe und von daher kriegen die jetzt ein bisschen mehr Power. Jetzt geht es ans Pikieren. Paprika aus eigener Pflanze, also die Paprikas, die ich letztes Jahr ausgesät habe und wo ich von den Früchten Saatgut genommen habe, die sind leider gar nicht aufgegangen. Paprika Yolo Wanda, Klingheimer Saatgut, haben wir hier 1, 2, 3 Pflänzchen und die kommen jetzt hier in die andere Erde. Vorsichtig ausgehoben. Das Ganze wird natürlich noch beschriftet, sonst weiß ich garantiert hinterher nicht mehr, was was ist. Weiter geht es mit der Aubergine aus der gekauften Pflanze, also gekaufte Frucht wie mehr. Da sind alle 5 Saugen gekeimt. Die sehen richtig schön kräftig aus. Und ich pflanze die jetzt alle ein bisschen tiefer, damit sie dann da am Stängel noch Wurzeln bekommen und einfach einen festeren Stand haben. Hier haben wir noch dreimal Paprika Panthos, Bingenheimer Saatgut. Und weiter geht es mit der Perpino. Die hat die liebe Jen vom Gartengemüsekiosk ja so empfohlen. Und dann habe ich mir im letzten Jahr Saatgut bestellt. Und ich bin ganz froh, dass die auch gekeimt ist, weil das soll ja eigentlich ein bisschen schwieriger sein, dass die auch keimen. Das war die erste. Und auch eine große, kräftige Pflanze und eine sehr kleine Pflanze. Aber da gebe ich trotzdem eine Chance. Ich bin sehr gespannt, auf die sich gut machen und wie sie schmecken. Und jetzt kommt Physalis Beers Dicke. Physalis Schönbrunner Gold hatte ich ja im letzten Jahr schon. Da haben die nicht so gut getragen, aber der Sommer war ja auch ziemlich bescheiden und sehr nass. Da habe ich auch noch Stecklinge überwintert und auch zwei Pflanzen überwintert. Mal gucken, ob das dieses Jahr mehr Physalis wäre, die wir ernten können. Das war Perpino. Aber auch Melonenwirne. Und nochmal Perpino. Und hier Physalis Beers Dicke. Und dann haben wir hier noch die Aubergine Zora. Das Saatgut aus dem Kalender vom Gartengemüsekiosk. Eine ganz kräftige Pflanze. Und zwei kleinere. Die stelle ich mal hier zu, sonst verwechsel ich das gleich. So, das war's erstmal vom Pikieren. Jetzt werden die natürlich noch angegossen. Und ich habe mich jetzt entschieden, diese hier wieder mit nach oben unter das LED-Panel zu nehmen. Und die unten hier an der Fensterbank stehen zu lassen. In der Hoffnung, dass das Licht schon, die Lichtintensität schon ausreicht. Es geht los mit der Aussaat der Tomaten. Ich freue mich total. Dieses Jahr dabei die berühmte Rigotti Tomate. Journey Prince. Ochsenherztomate. Auf saatguttauschen.de habe ich mir dieses hier ertauscht. Gelbes Birnchen. Das sind die wilden Grazien. Tomate Black Cherry. Und die Ananastomate, die ich letztes Jahr hier stehen hatte. Und hier wieder Beschriften. Dann die nächste Reihe. Das ist meine persönliche Lieblingstomate, die Ananastomate. Die habe ich letztes Jahr vom Nachbarn geschenkt bekommen. Und da habe ich Saatgut selbst entnommen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich habe mich für diese hier entschieden. Als nächstes kommt die Ochsenherztomate. Auch wieder aus einer gekauften Frucht. Und die Black Cherry. Geschriftet. Und jetzt wird natürlich noch angegossen. Erstens. Dann können wir beide aus der Lage sein. Und dann können wir jetzt von der Nachbarn. Und da knallig. Nachbarnig für die Nachbarn. Und dann einfach immer noch ein Tres. Und dann können wir beide nachbarnen. Und dann müssen wir dann langsamerlang. Und dann von der Nachbarn ist das denn,